Ehrenpflaume on World Tour! Willkommen aus Los Angeles! Einen Tag mit Till Jagler auf der KomplexCon. Das ist die? Größte Sneaker-Hype-Messe der Welt. Wow! Hier ist der Hype zu Hause. Also wir nehmen euch mit. Ihr werdet Till kennenlernen, werdet eine ganze Menge Spannendes erfahren, weil Sneaker ist Seekers sind ja dein Business. Also viel Spaß mit Till auf der KomplexCon. Willkommen zu der KomplexCon, let's go! Inwiefern muss ich mir das eigentlich wie eine Messe vorstellen? Also stellen da Leute aus? Kann ich hier auch Sachen kaufen? Oder was passiert hier? Eigentlich kannst du hier machen, was du willst. Das solltest du so nicht sagen. Es ist hier ein riesengroßer Spielplatz für Leute, die Interesse haben an Hype, an Flash, an Streeper. Hier kann man sagen kaufen, hier kann man sagen gewinnen, hier kann man an Gewinnspielen teilnehmen. Die KomplexCon, ein riesen Spielplatz, auch für Erwachsene. Das war's! Holden es stein, ich bin willin, ich bin bereit und riskieren es zu all. Clean in der Konfettit, wir parten, ich bin bereit, ich bin bereit für die Ball. Bring mir das Fettit, ich bin für das Chedit, ich bin stäckend es tall. Ich bin für das alles, also gimme es all, ich bin nennen, ich bin nennen. Oh! Ohhhhhhh! Second lap, will it go? Put in a new record on the track. Du hast ja nun diverse Erfahrungen gesammelt. Du warst bei New Balance, warst ewig lange bei Adidas, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Jetzt deine eigene Brand, Flows for Society. Eigentlich, du weißt ja, wie Marketing funktioniert und wie es gemacht werden muss, damit es erfolgreich ist. Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe nur meine eigene Idee davon. Ich sage ja nie, dass ich immer alles richtig mache, aber ich versuche es halt anders zu machen. Ich glaube, im Moment, wo du Marketing anders machst, da gucken die Leute schon mal hin. Und ich sage immer so, alles, was sich so neu anfühlt und vielleicht so ein bisschen disruptiv anfühlt, ist tendenziell gut. Wie hast du gesagt, Marketing auch mal anders machen. Ja, ja, auch mal anders machen. Wie heißt das? Ja, ja, ja. Ich bin ein bisschen mehr. Wie heißt das? Ja, 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 ja. Come on, guys, let's go! Let's go! Wer braucht noch Messestände, ne? Hast du so eine Idee bei Adidas gepincht? Nein, leider nicht, leider nicht. Aber ich habe schon viele Meetings gesehen, die waren ähnlich. Das war auf jeden Fall nicht für jeden geeignet. Aber es waren definitiv zu viele Akte. Wahnsinn! Jetzt noch mal, das ist jetzt live. Das bringt mich gleich noch zu einem anderen Ball. Das ist, glaube ich, auch eine Collab, die viele kennen, die jetzt auch zuschauen. Arizona Iced Tea. Das ging voll auf deine Kappe. Ein Schuh für 99 Cent. Ich glaube, die Idee dahinter ist natürlich, dass der Eistee auch 99 Cent kostet. Und die waren ja sehr, sehr auffällig von der Farbigkeit, vom Style her. Und da muss man aber auch ein paar Leute, glaube ich, überzeugen. Ja, also ein Schuh für 99 Cent jetzt. Ja, ja. Also eigentlich bis nach dem Release gab es halt sehr viele Gegner von der Idee. Wir blenden die Schuhe immer mal dazu ein. Wir zeigen euch die hier mal. Wir reden gerade von diesen Schuhen hier. Von diesen. Von diesen. Und ich habe gesagt, Bro, was ist die, nicht die größte Beverage Brand in Amerika, aber was die coolste Beverage Brand. Und jetzt, no doubt, das ist Arizona Iced Tea, weil jeder wächst im Prinzip mit diesem Eistee auf. Und das Charmante an diesem Eistee, an dieser Company, ist es immer noch family owned. Und es ist die einzige Brand in ganz Amerika, ganz Nordamerika, die seit Firmengründung niemals die Preise angehoben hat. Das heißt, sie haben damals im Prinzip die ganzen Graphics auf den Dosen, also sehr bunte Dosen, auch mit diesem Sherry Blossom, mit der Kirschblüte drauf, hat eine Dose 99 Cent gekostet. Und sie haben niemals diesen Preis angehoben. Und deswegen sind sie halt so authentisch, so begehrt und so cool geworden für die Amerikaner. Und haben das dann in New York City gemacht. Und ihr habt ja ganz schön Chaos verursacht. Ja, ja, absolut. Ich stand mit einem... Warte mal, wir zeigen mal ganz kurz. Es gibt bestimmt noch ein paar Videoausschnitte, die wir hier mal ganz kurz zeigen, was da los war, als ihr diesen Schuh in New York released habt. Ich glaube, bis die Polizei kam. Und dann war es so, dass die NYPD mich gefragt hat, ob ich einen Twitter-Post absetzen kann oder einen Instagram-Post absetzen kann, damit die Leute glauben, dass in dem Getränke-Truck, der vor der Tür stand, die Schuhe liegen und der Plan war von der NYPD, wir bewegen den Truck woanders hin, dass die Menschenmasse weggeht. Okay. Dann ist der Truck weggefahren und ich eine Person ist gegangen. Und dann muss man abbrechen. Ich habe noch ein paar. Ich habe noch welche. Ja? Auch in meiner Größe? Münziger Alte. Weißt du, was du da machen? Leute, kommt ran. Okay. Also wir machen ein Gewinnspiel. Ja. Ihr könnt es gewinnen. Ihr geht auf Tills und mein Instagram. Und da findet ihr alle Details dazu. Und dann könnt ihr drei Paar aus diesem exklusiven New York Truck gewinnen. Das war nicht geplant übrigens. Nein, nein, nein. Ich muss jetzt überlegen, wo die liegen, aber ich finde es raus. Till.jagla. Till mit zwei L auf Mainz. Und da verlosen wir die. Und alle Details, was man dafür tun muss, findet ihr dann in unseren Instagram Accounts. Machen wir einen gemeinsamen Post. Also hier, guck mal. So schnell geht das. Das ist ein ganz neues Ding, dass ich jetzt in meinen Videos den Leuten immer irgendwas für ein exklusives Gewinnspiel rausziehe. Ja. Aber das ist wirklich exklusiv. Das ist 100% exklusiv. Ja. Die gibt es nicht mehr zu kaufen. Ich glaube, ich habe sogar die Seeding-Kits. Also, aber wir werden es bestätigen. Alle Details findet ihr auf unserem Instagram. Also guckt euch das an. Krieg mal hin. Und was Sneaker für die Leute bedeutet, kann man hier natürlich sehr gut sehen. Ja. Wir zeigen euch gleich mal, was die Leute hier alles heute so an den Füßen haben. Ja. Weil hier hat man wirklich das Gefühl, da werden die Schätzchen, die nie getragen werden. Die das ganze Jahr irgendwo. True. Ja. Im Schrank stehen oder in der Vitrine oder wo auch immer. Ja. Die werden für die Complexcon rausgeholt und dann werden sie ausgeführt. 100%. Deswegen laufen die Leute auch immer so mit einem gesenkten Blick hier über die Complexcon. Weil wir immer gucken, was die anderen so an den Füßen haben. Ja. Aber guck mal, wir zeigen euch hier mal ein paar Highlights, was hier alles heute so unterwegs ist und was die Leute hier so alles an den Füßen haben. Ja. Einen coolen Schuh zu haben ist ja das eine, aber darum einen Hype zu kreieren, aufzubauen, oder kann man das gar nicht, entsteht der von außen? Ja, da gibt es halt beides. Also es gibt halt Schuhe einfach, die poppen einfach auf, weil sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, getragen von der richtigen Person. Dann explodiert es. Also es gab ja auch viele, viele Referenzen auch in Adias, eigentlich bei jeder Brand. Musik spielt eine große Rolle. Musik spielt eine gute Rolle. Aber auch das Timing. Also man muss halt im Prinzip präpariert sein für ja im Prinzip eine Möglichkeit, die dann irgendwann passiert. Das heißt, ich glaube, so 50% passiert by accident. Das kann sich planen. Aber ich glaube auch, dass man das marketingtechnisch einfach planen kann. Man kann es auslösen. Ein guter Tipp ist halt einfach immer, genau das Gegenteil von dem zu tun, was gerade angesagt ist. Genau diese Counterbalance zu bauen, weil klar, irgendwann ist alles saturiert und übersehen und es stellt sich eine gewisse Fatigue ein. Und dann gibt es natürlich auch so ein paar Rezepte, Mechanismen. Es gibt so eine sogenannte Inkubationsstrategie. Das heißt, wo poppt das Thema oder schon das erste Mal auf? In welchem Kontext? Wer trägt es? Wer liegt es? Wer fasst es auf? Das ist häufig geplant. Dann sind nur die ersten Releases, sind häufig auch kontrolliert von der Industrie, wo vielleicht ein viel größerer Demand da ist, was man vorher natürlich weiß und sagt, hey, man macht bewusst ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel von der Verknappung, um es künstlich zu verknappen, dass es dann weg ist. Was passiert dann? Dann sind die Schuhe, die gekauft wurden, gehen an den Zweitmarkt, werden für sehr, sehr viel Geld verkauft. In Resell. Und dann im Prinzip ist es, glaube ich, für mich auch immer wieder wichtig, dass die Brand sich genug Zeit gibt. Weil häufig ist es halt so, dass der Druck, der Businessdruck einfach so groß ist, dass die Brands überpacen, überholen sich, gehen zu schnell in sehr kommerzielle Distributionskanäle, also in kommerzielle Stores und die schöpfen sich dann relativ schnell ab und dann ist auch relativ schnell wieder durch. Und was du eigentlich, was du sicherstellen musst, ist, dass du halt immer Supply und Demand relativ gut ausbalancierst. Und da gibt es ja auch mittlerweile schon Ideen oder auch Modelle, wie man auch Demand analysieren kann, planen kann, um dann halt einfach auch nicht zu schnell zu überhitzen. Wie gesagt, da gibt es halt sehr viele gute Beispiele bei jeder Brand, sehr viele schlechte Beispiele bei jeder Brand. Und tendenziell glaube ich aber, dass Hype planbar ist. Hier zum Beispiel ein Schuh. Ich glaube, der wird so gehandelt für, ich glaube, so 100.000, 150.000 Euro. Das ist der Virgil Ablo Louis Vuitton. Und auch hier ein MJ Michael Jordan OT. Und dann hast du jetzt hier zum Beispiel ein Originalstuhl von MJ Michael Jordan, der halt jetzt hier dementsprechend auch angeboten wird. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil Michael Jordan hat auch viel größere Füße. Genau, das ist halt jetzt, es sieht aus wie ein Sample tatsächlich. Also er hat ja nicht gespielt, aber das ist einer der ersten Schuh, die jemals gebaut wurden. Da steht da oben noch Mike drin. Und das ist im Prinzip ein Zertifikat, dass das Ding echt ist. So ungefähr, ich schätze mal 500.000, 600.000 Euro. Aber das ist ja ein Museumsstück. Ja, ja, genau. Und diese sind die Highlights, was hier bei Complexcon ist. Es ist ein Pair Air Journal 1 in Chicago. Es ist von 1985, aber es ist ein Prototyp. Und was macht es so unig, ist, dass es auch eine Lettere gibt, das gibt mehr Insight auf den Designprozess, was Peter Moore mit Jordan und Nike gemacht hat. Ich hoffe, dass sie halb eine Milch fallen. Wenn sie halb eine Milch fallen. Wenn sie halb eine Milch fallen. Wenn sie mehr fallen. Wenn sie mehr fallen. Wenn sie das machen. Dann werden wir meine Klienten natürlich zu feiern. Insider. Insider Talk. Das ist auch so ein Ding, wer viel Schuhe sammelt, muss dafür Sorge tragen, dass er halt natürlich auch Schuhe sammelt, wo das Raumklima trocken ist, wo auch die Lichtwellen zu stimmen. Das hat zum Beispiel Radias so, da gibt es halt ein riesengroßes Archiv, war es ja auch selber schon, wo halt dann eine extra Klimaanlage eingebaut wird, dass es halt dementsprechend genau die perfekte Konditionen hat, um Schuhe zu konservieren. Wie viele Schuhe, wie viele Sneaker hast du ungefähr? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe so ungefähr irgendwas zwischen 4.000 und 5.000. What? Ja. Und die meisten davon ungetragen? Ja, sehr viele ungetragen. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin jetzt seit ungefähr 20 Jahren, also ich war zehn Jahre selber Sammler, dann 20 Jahre in der Industrie, war bei New Balance Radias, an denen immer Mustergröße. Und ich habe immer am Produkt gearbeitet. Das heißt, es war natürlich auch relativ einfach, dann Schuhe irgendwie zu sammeln. Und habe dann, ja klar, logischerweise auch teilweise so ein, ich will selber von mir sagen, ich habe so leichte Messi-Tendenzen, aber leider nicht fußballerisch, sondern eher den Sammeldrang, was schon teilweise so ein bisschen zu einer mentalen Belastung wurde. Und wo hebt man sowas auf? Ich habe drei Storages. Wir blenden euch die Locations gleich ein. Ja, ja, die werden niemals bekannt gegeben, die Locations. Besser nicht. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich zu New Balance gekommen bin, von New Balance Radias, jetzt ganz lange Radias war. Und klar, dann trifft man natürlich immer wieder die gleichen Leute und über die Zeit baut sich natürlich deine Freundschaft auf. Was natürlich jetzt auch gerade für meine Sneaker-Brand mir extrem zugutekommt, weil du nicht lange herumtelefonieren musst, du schickst eine WhatsApp, eine i-Message und sagst, ey, wollen wir was starten? Ja klar, let's go. 1,5 Jahre bin ich raus, Buddy. Und hab dann im Prinzip sofort... Hast du einen Schnitt gemacht? Ja, komplett, also komplett reset. Also im Prinzip, äh, Arbeit nicht mehr, also Arbeit gekündigt, ähm, Wohnung aufgegeben, äh, kein Office mehr, kein Auto mehr. Also wirklich komplett auf reset gedrückt und zurück nach Hause in Hamburg, äh, weil ich halt einfach geglaubt habe und immer noch glaube, dass ich, äh, mehr machen kann als nur innerhalb dieser Adias, äh, äh, Corporation. Ich glaube einfach, dass es jemanden geben muss, der eine Brand baut, die halt einfach anders aufgestellt ist und anders aussieht. Und dann kam Flowers for Society. Genau, Flowers for Society. Und wir wollen halt mit Flowers im Prinzip alles anders machen, als, als es die Brands heute machen. Das heißt, wir sind 100% transparent, zeigen die Produktion, lassen hinter den Vorhang schauen, wir produzieren super nachhaltig. Wir produzieren nur das, was bestellt wird, das heißt auch Vororder. Äh, wir haben, äh, keine Animal Leather, äh, ähm, Executions, also bei uns gibt's keine, äh, Tierleder, äh, Versionen. Und wir müssen ja, und vielleicht erstmal ganz kurz dazwischen sagen, und dabei seid ihr super stylisch unterwegs. Also wir können ja hier gerade mal, das sind ja unter anderem, es gibt drei Modelle jetzt aktuell. Es gibt ja die Flowers for Society Community, weil mit dem OJ, mit dem Grauen, ne, konnte man, hat man ja automatisch ein NFT bekommen. Und das ist der Schlüssel zur Community. Genau. Also, im Endeffekt, die, die Herangehenswerte, wo es alles herkommt, war, als ich angefangen habe, Sneaker zu sammeln, ging's um das Zusammengehörigkeitsgefühl. Es ging um dieses romantische Gefühl, dass man jemanden irgendwo in einem Forum kennengelernt hat, und man sich jetzt physisch das erste Mal trifft. In Berlin, in London, in Paris, wherever, oder in New York. Und man hat philosophiert. Das heißt, es ging gar nicht so um den, um das Produkt, sondern es ging viel mehr um dieses, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das ist natürlich 2015, 2016, 2017, weil er sehr viele Schuhe gekauft und wiederverkauft wurden, aus Selbstoptimierungsgründen. Also, jeder wollte halt einen schnellen Euro verdienen. Dadurch ist diese ganze schöne Romantik im Prinzip gestorben. Und die Idee jetzt mit Flauers Society ist, dass wir genau das zurückbringen. Also, deswegen haben wir auch gesagt, jeder, der einen Schuh kauft, bekommt im Prinzip diesen digitalen Schlüssel in Form eines NFTs. Also, erstmal ist es natürlich authenticated, dass es echt ist. Was für uns aber viel wichtiger ist, dass man halt genau diese Leute, die uns von Anfang an die Stange gehalten haben, beziehungsweise uns supported haben, dass wir die immer wieder inzentivieren und sie immer wieder belohnen. Ja, die haben gewisse Vorteile. Genau, haben gewisse Vorteile. Wir sind ein bisschen früher dran, wenn was Neues kommt oder gibt manchmal vielleicht auch etwas Exklusives. Und das funktioniert halt super, weil die Leute halt einfach sehr, sehr stolz drauf sind, Teil der Community zu sein, uns halt extremst viel helfen. Was wir eigentlich machen wollen, ist, wir wollen unser Netzwerk, unser Setup, unsere Infrastruktur, weil keiner kann Sneaker produzieren, aber wir können es als eine der wenigen weltweit, wir wollen es öffnen für Kreative, für Leute aus der Musikszene, Leute aus der Kunstszene, Leute aus der Customization Szene, Leute aus der Mediaszene. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, ich möchte so einen in Ehrenpflaume Farbe und Mime Style, könnte ich mir den in kürzester Zeit machen. Ja, ja, das sowieso. Da muss kein Logo drauf sein, sondern wir reden von der Farbe. Genau, das sowieso, was wir natürlich machen, wir suchen natürlich, du hast es ja eh schon geschafft, oder 30 Jahre schon im Business bist, aber was wir halt wollen, wir wollen halt genau diese Plattform werden für junge Kreatives, die halt noch nicht das Netzwerk haben, das noch nicht geschafft haben und die vielleicht auch keine Kollaborationen kriegen würden mit diesen großen Major Brands, weil sie einfach noch nicht groß genug sind, aber sie sind halt so talentiert. Und das ist so ein bisschen unsere Vision, dass wir uns öffnen für Leute, die vielleicht noch nicht im Rampenlicht stehen, aber wir wollen ihnen halt helfen, da hinzukommen. Okay. Aber ich könnte, ich könnte, wenn ich wollte... Du könntest, ich baue dir einen Ehrenpflaume Schupf. Wuuuuh! Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das feiern würdet, ob ihr sowas seht. Also, nur einen für mich. Ja, ja. Geht auch, ne? Klar, klar. Also, das ist dann echtes Unikat, aber... Ja, man muss immer zwei haben, ne? Want to rock, want to stalk. Das ist ja. Das ist ja Klassiker. Alte Sneaker-Regel. Alte Regel. So, ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt hier nochmal in den Hype. Ja, let's go! Wir haben ja noch gar nicht alles gesehen. Ja, wir haben nur einen kleinen Teil bisher gesehen. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass noch einiges zu entdecken gibt. Es wird wild! Es wird wild! Hey, einen Tag mit Till Jaggler auf der Komplexplan. Ich muss sagen, war nicht ganz unanstrengend. Hatte nichts mit ihr zu tun. Aber diese ganzen Eindrücke hier, das ist krass. Ja, aber das ist genau der Grund, warum wir das alles lieben. Ja, also diese Vielfalt, diese, 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 ja, diese Gefühle, diese Energie. Das ist natürlich, das findest du nicht irgendwo anders. Und ich war mega froh, dass ihr hier wart. Habt mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr kommt wieder. Ja, du hast uns ja ein bisschen in deiner Welt entführt. Also hast uns ja viel Spannendes erzählt. Vielen Dank dafür. Auf jeden Fall. Also ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Und wir konnten euch natürlich auch ein paar interessante Eindrücke vermitteln. Ja. Danke fürs Zuschauen. Und denkt daran, ne? Abonniert Tills Kanäle. Instagram. Till Jagler. Flowers for Society. Ich schreib das alles nochmal in die Videobeschreibung rein. Denkt an das Gewinnspiel. Gibt es auf unserem Instagram-Kanal. Könnt ihr was Tolles gewinnen. Willst du noch ein paar Flowers for Society Schuhe oben drauf packen? Ja, ey, warum nicht? Wir haben jetzt im Prinzip den White Lily, den Kai gerade am Fuß trägt. Der kommt nächste Woche oder übernächste Woche auch nach Deutschland. Und ja, wie ich sagen, verlosen wir auch nochmal drei Paar. Noch drei Paar? Okay. Also dreimal Arizona Iced Tea, das ist schon sehr exklusiv. Und drei White Lily von Flowers for Society Collection. Also, es lohnt sich hier zuzuschauen. Abonniert ihr in Flomme und bleibt stabil. Wir sehen uns und lasst einen Daumen nach oben dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.